Ja, herzlich willkommen am Maria-Hilfer-Platz der Stadt Graz. Hinter mir am Schlossberg das Wahrzeichen der Stadt Graz, der Urturm. Neben mir der Blumen-Urturm, mit 1000 Gerberer gesteckt. Und dieser Urturm wäre für ein Blumen-Festival in Rumänien vorgesehen gewesen, das leider Corona-bedingt abgesagt wurde. Aber wir haben schon die Vorbereitungen durchgeführt und deswegen haben wir uns überlegt, wir von der Hohling Graz, diesen wunderschönen Urturm, das zweite Wahrzeichen der Stadt Graz, hier am Maria-Hilfer-Platz aufzustellen. Und ich möchte mich hier bei unseren Stadtgärtnerinnen und Gärtnern recht herzlich bedanken und bin stolz auf diese Installation.